Jetzt bei Ihrem Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung. Eigentlich läuft doch alles. Der Job macht Spaß, das Einkommen passt. Aber ein Thema bereitet Kopfschmerzen. Reicht mein Geld im Alter? Geldsorgen im Ruhestand? Sparen Sie sich Kopfzerbrechen. Lassen Sie Ihr Leben entspannt auf sich zukommen. Mit der Generali-Basisrente stocken Sie Ihre Rente auf und nutzen gleichzeitig hohe Steuervorteile. Die Basisrente ist die private Altersvorsorge mit staatlicher Förderung. Verschenken Sie also kein Geld. Investieren Sie es. Klingt gut? Und zahlt sich aus. Die Beiträge zu Ihrer Basisrente können Sie steuerlich absetzen. Wie viel Sie vom Staat an Geld zurückbekommen, hängt vor allem von Ihrem zu versteuernden Einkommen ab. Angenommen, Sie starten mit 30 Jahren, zahlen bis 67 monatlich 100 Euro in die Basisrente ein, verdienen 40.000 Euro brutto jährlich. Dann gibt's nach derzeitiger Regelung vom Staat rund ein Drittel Ihrer Beiträge zurück. Und das jedes Jahr. Das können über die Laufzeit mehrere tausend Euro sein. Ganz einfach über die Steuererklärung. Sparen? Bei den mickrigen Zinsen? Ja. Denn mit der Generali-Basisrente lassen Sie Nullzins-Sparanlagen hinter sich. Investieren in rentable Geldanlagen, die Sie flexibel kombinieren und wechseln können. So wie es für Sie passt. Rendite und Sicherheit im Mix. Neben Fonds können wir für Sie echtes Gold kaufen. Mit dem Generali-Exklusiv-Fonds erhalten Sie Zugang zum Wachstumsmarkt-Infrastruktur. Mit Projekten zum Beispiel aus Verkehr und Transport und erneuerbaren Energien. Heißt für Sie, stabile Renditen aufgrund langfristiger Verträge mit langen Nutzungsdauern. So entsteht Ihr Top-Altersvorsorge-Portfolio. Und Ihre Altersvorsorge wächst. Und wenn es soweit ist, hören Sie auf zu arbeiten. Aber Ihr Geld tut es nicht. Und kann auch in der Auszahlungsphase in Fonds investiert bleiben. So geht private Altersvorsorge heute. Damit Sie den Kopf frei haben. Für ein erfülltes, sorgenfreies Leben. Die Basisrente Vermögensaufbau lohnt sich. Exklusiv für die Kunden der Deutschen Vermögensberatung. Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung. Generali. Aus Versicherung wird Verbesserung.